Hier ist euer Kido Autot 1. Heute meld ich den MM-Rundgang dort im Battlemarkt von Oberstimmen 2019. Viel Spaß! Fangen wir hier an mit dem Kettenkarussell und im Hintergrund dem Riesenrad. Dann haben wir hier den Taumler. Im Hintergrund sieht man so die wilde Maus und rechts davon entlang. Dann hier der Autoscooter Rallye 2000. Wir gehen hier vorbei. Bei den Kettenkarus sind wir im Taumler zum Glücksritter. Ein Losstand. Und Stoßenwerfen von König Ludwig. Dahinten sind dann noch Toiletten und die Schmankern allen. Nehmen wir mal das Riesenrad. Ein weiterer Autoscooter, aber eher für die Kinder. Neben dem Autoscooter ist die Geisterhöhle. Der Autoscooter heißt übrigens Matros Mini-Car. Daneben das Dschungelcamp. Der Fahri treibt nach vorne. Aber zuerst noch das Tütenangen vom Kaiser. Der Fahri treibt nach vorne. Der Fahri treibt nach vorne. Der Allround von Kohlmann. Der Allround von Kohlmann. Der Allround von Kohlmann. Der Fahrrad schließen. Mittels Weißbierzelt. Und das Fahrradtreibchen vorne. Und das Fahrradtreibchen vorne. Und hier nochmal der Around. Unter Union Pacific Express. Gefolgt vom Top Finn. 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 Boxing und Water Ball. Gefolgt vom Top Finn. Und der Musik Express. Nochmal ein Boxing. Gefolgt vom Top Finn. 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 Und der Skater USA. Gefolgt vom Top Finn. 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 Glücksritter. Gefolgt vom Top Finn. Gefolgt vom Top Finn. Gefolgt vom Top Finn. Jetzt gehen wir weiter Richtung Wilde Maus. Vorbei bei S&K Lüttekel Helium Ballone. Vorbei bei den sogenannten Vonrads Entenangeln. Hier gewinnt jeder. Und dem Magic Darts. Gefolgt von Wiener Mandeln. Pfeffer Schleckerhäuser. Und Gelatomobil. Dann sind wir jetzt hier bei der Wilden Maus angelangt. Und gegenüberliegend davon die Büchsenbude. Und Pfeilwerfen. Die Reitbahn von Kaiser. Und die Jägerhütte. Gefolgt von der Klo-Gaudi. Gefolgt von der Klo-Gaudi. Allerdings Spielwarenbossa. Und ein Kinderkarussell. Und ein Kinderkarussell. Schiffschaukel von Greis. Und Kinderhaulin Lukas. Dann hier eine weitere Jagdhütte. Eine Gräperie. Melanies Gräperie. Das Fest zählt der Familie Lanzl. Hier rein kann ich jetzt nicht, weil da alles total überfüllt ist. Und imbissstark Schlemmerküche. Hier im Hintergrund. Und daneben der Imbissbühel. Und der Sportzahn. Weiter hinten sind nur noch Püllstände. Kann jetzt leider nicht überall durch. Dann gehen wir hier weiter. Dann gehen wir hier weiter. Und nochmal vorbei bei der Jagdhütte. Schlemmer-Spezialitäten. Von Bonn-Rats. Hier überliegend ein Essenstand vom Festzelt. Die Fleckalm. Hier die Fleckalm. Und eine weitere Jagdhütte. Hier überliegend das Festzelt von Stifteln. Hier überliegend das Festzelt von Stifteln. Weiterer Essenstand. Ein Fischervroni. Alt Münchner Steckerlfischbraterei. Und gegenüberliegend davon glasierte Früchte von Crew. Jetzt bin ich kurz aufgehalten worden. Dann geht's weiter mit Färbärs Zuckerlecke. Und dem BRK Glückshafen. Dann die Eiskonditorei von Scherle. 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 Dann die Eiskonditorei von Scherleinen. Das ist dann ein ganzes móneres emplee thick. Dann heute den Mut Saiyan River. Dann die Eiskonditorei von Stiftel. Dann ist derundrwith BurgerCop, derчlay concentrations括. Ein weiterer Essensstand und selbstgemachte Kartoffelchips. Dann die Festhalle Wittmann und Popcorn-Spezialitäten und Mandeln und dann sind wir wieder hier bei den interessierten Drücken. Das war dann der Rundgang hier nach Eisaranze World. Das war dann wirklich der Rundgang durch den Paddelmarkt von Oberstimmen, dem Bereich von den Fahrgeschäften und Festzelten. Im Drückenbereich nichts, 2019. Weitere Videos findet ihr beim YouTube-Kanal, Akido.at.eins. Und ihr findet ihr auf Facebook ebenfalls, Akido.at.eins. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Akido.at.eins.